wo sie haute und gordon weil immer das sein soll mörder unsere reifen reide keine ahnung wir haben gespeichert aber richtig gespeichert die karte umsetzen da hinten müssen wir hin o blut und tonte also soll es hier durch acht zurück durch die stadt in die in die a okay okay komikrat wenn jetzt spontan zwischen dem schulterblatt und dem juckt gerade wieso und ich habe erst letzte woche nicht gewaschen genau ich merke immer dann wenn ich mich zu wenig wasche das ist beim schuh aus den einschlafen wir richtig ja aber wir sind auch ein hero hallo als ob wir dumm werden so meine jungs jungs felix ist übrigens besser geworden er stirbt nicht mehr so häufig wie gestern und sam ist unser lieblings druide roboter ein roboter ist ja kein druide druide ich bin auch duft android wollte ich sagen androide dankeschön er sind ruide ja so viel heroes 5 gespielt kann das sein müssen wir sehen und wir doch darum oder genau wir gehen jetzt hier 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 durch die stadt und dann hier über die brücke und dann müssen wir nach da genau wir könnten aber ich weiß nicht ob wir durchs wasser kommen deswegen mache ich das nicht weil manche berge können wir leider in diesem spiel nicht rauf laufen also sowas kann man nicht erklettern immer und deswegen kann sein dass wir jetzt dann zwei minuten durchs querfeld einlaufen und dann kriegen wir nicht haben uns verlaufen nicht das ist dann nicht so schön danke fürs dasein gewesen seien natürlich können wir warten bis ich schieße hallo wenn er sich gleich gehen unglaublich wie frech die menschen geworden sind ich kann ich dann schießen wenn die leute reinkommen oder ich bin schon verpasst guck mal nicht geil wo ist er denn ich sehe den nicht wo ist denn der hallo wo ist er denn da da jetzt hätte man mal fünf minuten warten können zwei dann hätten sie diesen hammer kampf gesehen wer immer gerade geflüchtet ist unglaublich schämen sich mal dafür aber ich möchte mal klar ist ich habe die spuckteile jetzt in diesem ganzen grün wir waren nicht gesehen habe ich den roboter erschossen ja ich fühle mich gut wissen wir haben auch ein roboter deswegen hoffe ich mal dass wir dich irgendwann aufmoppen können mein kleiner deswegen sammle ich die ganzen roboter sachen also verkauft ihr nicht die finden wir selten aber ich sammle die halt so war doch da sag ich doch ach da waren wir schon ach so hier sind wir schon mal her gelatscht weiß ich mal ja das ist aber ungünstig okay wir gehen weiter und dann ist egal jetzt so ich habe keine zigarette mehr vorbereitet das ist ungünstig wird gerne mal und trinken mal schluck kaffee und kornkorn wasser gleiche fassergleiche ich habe ja gefühl der ofen ist an ich habe nur essen vorbereitet nachher da müssen wir glaube ich stehen kann das sein 18 wenn wir die jetzt noch mal aufmoppen wollen das wird aber echt teuer ach wir sind auch gar nicht in der nähe ich idiot wir müssen ja hier rüber da müssen wir hin was hinterm berg so dass hier unten so schneller werden dass ich hier aus locker aus dem dings dass wir mal sinnvoll laden wir nach wenn sie neid kam es wie ist sie action nicht gesehen also man jetzt was haben wir hier entdeckt nachladen sunglasses wir kommen nirgendwo rein das neue stadt oder waren wir hier schon ich habe auch noch so einen dämpfer hallo ich bin noch einer hoch halt haben wir hier schon ja hier waren wir schon doch die haben wir schon durch die stadt ja 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 danke wenn sie neid kam es wie sie action sie ist jetzt immer nicht an dem punkt dass ich nicht mehr weiß wo wir hin müssen romantische romantische romantikplätzchen entdeckt ist er bekomme ich darüber wir hätten doch den normalen weg gehen müssen ein wo ist jetzt noch mal die brücke warte mal wir sind jetzt hier unten wir gehen jetzt hier zur brücke und dann hier rüber wenn sie neid kam es wie sie action und wir können einen nehmen wir haben 84 davon also wenn wir wie wie wo das ist aber cool aus das haben wir selten so eine todesanimation wieso ist hier auf einmal so viele die waren auch gerade nicht da das glaube ich die brücke über die wir mussten ja keine ahnung keine ahnung auf jeden fall sind sie da werden sie töten da sind doch wieder welche da 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 so langsam gewöhnen wir uns an dieses gewehr das macht spaß weil jetzt treffen wir mal ein bisschen was weiß für andere wahrscheinlich lächerlich wie wir treffen aber ist mir egal ich bin kein shooter spieler von da ist das für mich schon mal geil aber wir waren hier doch oder bin ich durcheinander ja ja das haben wir alles schon ja und sogar mal ein bisschen money verballert da müssen wir hin das ist immer falsch wo müssen wir jetzt runter wie kommen wir denn da hin wir jetzt einfach mal hier runter genau hier nicht über die brücke wieder das ist quatsch müssen nach rechts da müssen wir irgendwo hin ja gibt es denn da einen weg da ok ich habe auch einen schönen hammer das ist der hammer der hammer ist so geil wir müssen nochmal aufmoppen ein zweimal weil der ist wirklich voll krass ne warte mal das wollte ich nochmal das weiß ich noch nicht wie das müssten wir eigentlich mal ausprobieren das haben wir auch jetzt und die haben wir eigentlich die benutzt aber die einfache munition glaube ich ne oh ne warte nimmst hä wer nimmt die denn Energie oh das können wir auch mal ausprobieren mal gucken mal ach ne ach ne das war richtig schau mal die haben wir noch nie ausprobiert und das messer auch noch nicht wir haben das schicke messer das sieht ja sehr elegant aus die Frage sind das Feinde? ne ne hi warum weinen sie denn hey halt's Maul Häsbierne ich hoffe ihr hier zu helfen wir haben nur so viele Bullets und ich bin nicht zufrieden eine an dir warum sind die mal alle so abgefuckt? geh nur nach Hause zu deiner Mutter und versuch die Leute zu überzeugen wir haben eine Stadt da wartet eine Mutter auf ihren 42 jährigen Sohn dem sie die Kimme waschen kann dankeschön sie können nicht allein sein sondern nur blablabla freundlich wäre angesagt dankeschön Graham hat mich geschickt ich soll hier eine Druckerpresse sichern wenn ihr wegen der Druckerpresse hier seid dann bin ich eure Unterstützung Zora hat mich geschickt um euch zu suchen sobald ihre sichern schaue ich nach der Presse so drückerpresse sichern aber das hat Zeit erstmal schaffen wir euch hier raus ja sag ich doch dankeschön 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 ja ich brauche übrigens Kopfhörer neue oder später egal was mache ich jetzt gerade auch so Kamera aus was ich brauche ok ok wir machen jetzt ganz einfach ich schaue ob ich ihn finden kann speichern nachladen ja wir suchen jetzt jemanden und ich möchte gerne diese Pistole ausprobieren hey die ist ja gut das wusste ich ja gar nicht vielleicht wer ist ja noch da achso hi oh ich bin gestorben ich glaube ich bin tot ich bin nicht so sicher jetzt geht es doch Das war's. es geht mit der ist jetzt nicht die welt dann müssen wir mal sagen wenn man die andere war für die ist besser wobei lernen damit umzugehen wird damit ein bisschen wir machen jetzt erst was machen wir jetzt eigentlich erst optional bringe zu was team zurück blut und tinte machen wir mussten wir sich jemanden suchen nein flüchten ist gar nicht immer schlecht äh Oh! also wir lassen man diese komische links waffe lassen wir mal weg die ist ein bisschen ätzend genau so lange vergessen wir dass man noch flüchten kann und sich mal eben heilen kann da soll ich mir öfter dran denken wir haben jetzt ja nichts besonderes gefunden häuser sind alle zu bis auf das dinge das ist offen aber da müssen wahrscheinlich gleich rein so sind wir geheilt einigermaßen nein auftrag aktualisiert und hier gibt es so schöne sachen also es ist er jetzt nicht das ist er war nicht ist tot wir haben wieder ordentlich muni ja finden wir den jetzt nicht den jungen wir so noch diesen zoraus finden oder sondern so und so sultan finden kann ich gehört wenn sie neid kam es wie sie action unser robot hat übrigens erst mal wohl schon erklären 68 meter was denn da soll ich mit dem schon sprechen ich habe die arztausrüstung gefunden euer sanitäter ist tot okay so was team haben wir geschafft ach so du hast die arznei dingsbums verloren ich dachte ich habe was ich habe verloren die 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 nebenquests das ja quatsch jetzt gehen wir mal gucken bis können schießen können wir schon bis können aber nur ein bisschen oder viel feines wer bist du denn ach so du bist meiner felix alles okay ja was ne bleib hier wo ist unser roboter hi ja erstmal looten ne sicherheitsmeldungsentwurf ein entwurfspapier für verschiedene sicherheitsankündigungen aus der zeit als die presse noch in betrieb war die meisten wurden durchgestrichen geländer sind gelinde gesagt eine tolle sache gliedermaß satz ist nichts für setzer fördern groß geschrieben wie sicherheitsstandards am förderband walz walzertanz bitte abseits der walzen ja ich weiß nicht mehr durch die durch die nötigen sachen hier das hat man jetzt schon ne ich kann mal lecker aber lecker abräumen hallo es gibt schon mal richtig jails ja ein liedchen werkbank entdeckt dankeschön reparieren 21 waffenteile 10 rüstungsteile den modifizieren wir jetzt nicht kurz gucken haben wir jetzt genug noch die nur noch sieben waffenteile da müssen wir mal ein paar waffen jetzt ja dieser dings revolver ist ja schwachsinn und wenn man ganz ehrlich sagen also das bringt ja überhaupt nichts die 74 mal 34 mal 3 ich weiß nicht was das heißen soll aber bringt nichts also zerlegen ja der ist mir auch egal sterbehilfe hammerschmids langwaffe 39 mal 8 leichte munition flammenwerfer das ist unser jagdgewehr das mal platz mal platz mal platz mal in ruhe sterbehilfe hammer schmidt felix war das du ja 53 mal 12 das ist ein bisschen besser deswegen gehen wir mal im inventar so wie viel haben wir jetzt wieder 30 ok also können wir da reparieren super schritt haben wir bisher nur den haben wir schon mal gefunden stolz darauf ihnen all deine servo bedürfnisse erfüllen zu lassen diese soll aus einer roboter einheit deswegen weiß ich nicht ob wir den noch gebrauchen können das weiß ich auch noch nicht ob wir das gebrauchen deswegen lassen wir das mal da so da haben wir noch ja können wir verkaufen ja so müssen wir leider unsere waffe immer aufpasst je niedriger die ähm sagen wir schnell ouch wieso treffen die mich immer ich war zu spät nur einer damal wie lange brennt hatte nach diese säure wechsel unglaublich doch wir nehmen jetzt mal erst den hammer ich glaube das ist wir gucken wie weit die weg sind aber der hammer ist jetzt nicht unbedingt der schlechteste er sieht so cool aus ich finde ja ein kompass ne der hilft uns wahrscheinlich weil und gerade schon riesig sachen gefunden so ist es nicht ne nein wir sind die stufe 60 wie dumm ist das denn da müssen wir jetzt leider rein das bleibt uns sicher spart ich muss daran denken dass ich auf f drücke zwischendurch hier sind ordentlich leute ja so das haben wir schon mal das können wir auch öffnen und wir haben die seitentür genommen da oben sind noch glaube ich noch welche knicken hat sein also drei sind noch da das ist gut hallo wieso ist die tür jetzt auf das war jetzt nicht so gut ich hab so extra vorsichtig gemacht wo sind jetzt die anderen drei da ist keiner drin in ways of maneuver Halt! Danke Jungs! Ich hab tolle Jungs, da muss man mal sagen. Da muss man jetzt echt mal sagen. Den haben wir schon, ne? Die Jungs sind jetzt alle. Guck mal, wir sind fertig. Die Dicken sind echt schwer. Zu kriegen. Oh, das bringt keine Aufnahme. Das bringt alles Geld. Mindestens eine halbe Kopeke. Haben wir hier noch Sachen? Ja, warte doch ab. Schon mal so hektisch mit dem alten Mann. Ach, der Müll einmal ist leer. Wie dumm ist das denn? Ach, da waren wir schon. Bitte nicht aufgehen, danke. Hä, den hab ich doch schon. So, jetzt gehen wir mal kurz nach oben. Da müssen wir eigentlich, glaube ich, auch hin. Wobei, wir können mal eben, da drüben waren nur noch Türen. Da ist eine verschlossene Tür. Ein Übergang zur Wildnis von Monarchen. Ne, da wollen wir nicht. Äh, letzte Meldung. Schuster. Bleib bei deinen Leisten. Reiche, heben wir mal nur für die Kündigung ein. Achso, ja, ist okay, dann. Solche Leute brauchen wir nicht. Leute, die kündigen und sich nicht schlecht bezahlen lassen und ausbeuten lassen, die wollen wir erst gar nicht. ... ... ... Ersatzwalzen. Ja, die haben wir ja jetzt. Die haben wir ja, die haben wir ja. Das ist schon mal verlassen. Dankeschön. Mitnehmen. Thermal benutzen haben wir schon. Ja, super. Da müssen wir Level 60 sein. Ah, vielleicht kommen wir da nochmal hin. Müssen wir halt wahrscheinlich alles nochmal abgrasen. Kann das sein. Achso, da geht's raus. Da braucht man nicht. Ja, ist mir jetzt egal. Hinten war keine Tür mehr, ne? Doch. Da sind auch zwei. Achso, da habe ich gar nicht gedacht, der wäre schon tot. Hoch. Dankeschön. Soll ich mir dann gleich mal essen? Ja, da holen wir doch ordentlich was raus, oder? Da ist noch eine Tür. Nee, hier ist nix. Hier ist nur Kakaos. Okay, wo müssen wir jetzt hier rauf, ne? Ach, jetzt sind wir hier oben. Achso. Ja, dann können wir wieder zurückgehen. Ne, wir sind zurück. Rom-Doa, hör mal. Äh, geh. Äh, wat? Walzen einsetzen? Haben wir doch schon. Ich wollte den anderen noch lesen. Oh, gehen wir noch den Weg. Haben wir schon alles repariert? Geh, 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 schnell. Geh, 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 geh. Gefahrenklausel. Vorstand von Heineke Holdings. Offizielle Verlautbarung betrefft der Aktivierung der Gefahrenklausel für die Terra One. Veröffentlicht, äh, wird Terra One zum untauglichen Arbeitsplatz erklärt. Oh, das ist schön. Glückwunsch dazu. Sind wir jetzt hier fertig? Das war's? Jo. Das war's. Aber wir können da vorne normal runter. Und keinen Riesenjump machen. Sorry. So, hier hatten wir alles, ne? Jo. Gut. 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 Aber wir haben nur eine Maske bekommen, aber das ist ja auch schön. Die haben wir noch bekommen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. 28 mal 5. Das hat sich schon mal gelohnt. Ich will halt weit übersehen, das kann nicht sein. Achso, das haben wir schon. Hallo. So, die hatten wir auch schon alle, ne? So. die presse doch schon geschafft lügenpresse lügenpresse wir wollen schon drinnen ja vergessen wie geht das denn was habe ich denn da alles übersehen ja das geht aber mal gar nicht da müsste es ja normalerweise ein straftod für geben hallo kann man so weit übersehen 500 kisten wir gehen zurück über den häusern gucken ob hier auf den vier anderen auch was steht aber ich glaube nicht wieso 600 meter wo müssen wir jetzt noch mal hin waren die nicht da drüben war noch hier wo sie einfach abgehauen ohne uns was für schweine wo müssen wir jetzt hin machen wir eine schnellreise ne kommen haben wir uns verdient waren ja fleißig heute fleißig am kämpfen und die nicht so bei myself an entire rizzo plant after all this Hier ist meine Mitwohner. Jawohl. Ja. Wenn es hier irgendwo Kampfschiffe gibt, dann haben sie mich nicht von der Landung abgehalten. Genau. Darüber schau ich. Geht es ihnen wirklich besser als euch? Ja. Ja. Ich weiß, es ist drastisch. Aber es ist klar, dass Sanjar nie kooperieren wird. Und wenn es ihn oder wir, dann wähle ich uns. Hier gucken wir das nochmal anklicken. Ja, hab ich verstanden. Verstehe. Ja. 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 Ich weiß. Ja. Ja. Hallo. Ja. 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 Wir sind doch hier falsch und müssen wir hin. da müssen wir hin räumt ihr doch mal weg ja schon langsam im verwesen grüße bingel denn hier sind wir wieder hier aber er hat doch gesagt komm mal vorbei entspricht mit mir ich erschieße als nächstes jungs ich habe verpasst wo er ist jetzt ist aber egal so wir gehen jetzt ich komme hier nie raus aus diesem kack haus wenn ich gesagt er ist beim lazarett du lass mich doch mal durch er sei doch okay das machen wir als nächstes genau würde ich jetzt mal sagen genau machen wir diesen spiel speichern he's in love und 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 und